Die Spur, die wir... Die Spur, die wir in Sibirien aufgenommen haben, wurde vor einem Monat richtig heiß. Daraufhin hat die Kompanie beschlossen, eine Antiterroreinheit einzusetzen, um die gestohlene Biowaffe zu identifizieren. Kurz danach haben wir jeglichen Kontakt verloren und sie wurden für tot gehalten. Und das erzählen Sie uns jetzt? Verlange auf dem Weg zum Ziel einen kleinen Umweg, um unseren Mann dort rauszuholen. Er hat vielleicht wichtige Informationen für uns. Missionsziele bleiben unverändert. Sichern Sie die Position für den Angriff auf das Hotel. Uniform out. Alle Teams Funkgeräte prüfen. Razer 3-2, verstehe laut und klar. Uniform. Hier ist 3-1 verstanden. Wir hören dich. Over. Sekundärziel. 3-1 nimmt Position an der Basislinie der Anlage ein, wo unser Mann mutmaßlich gehalten wird. Dort wartet er auf Unterstützung von Anderson. Im Klartext, wenn Sie keine Kameraden erspähen können, ist die Rettungsaktion abgebrochen. Wir haben keine Zeit, verstecken zu spielen oder um Fehler zu machen, Leute. Anderson, unser Kommunikationsoffizier Lieutenant Vance wird sich zum Ziel leiten. Wir können unsere UAV-Drohne einsetzen, wenn das Radarsystem blind ist. Lang nicht gesehen, Anderson. Vance, wie geht's Gordon? Ist seit einer Weile als Söldner beschäftigt. Lange nichts von ihm gehört. Wir warten alle darauf, dass er zurückkommt. Ah, ich mochte den Knaben. Er hat nie viel geredet, aber er war verdammt effektiv. Er hat nie viel geredet, aber er hat nie viel geredet. Er hat nie viel geredet, aber er hat nie viel geredet. Er hat nie viel geredet, wenn er jetzt in die Kürzlosser Unnotehert hat. Er hat sich umge. Er hat sich umge. Er ist eine neueere Kürzlöcke. Er hat sich umge. Das ist eine gute Kürzlöcke. Das Gernot ist. Der steht. Er hat sich als Söldner beschädigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?